Ich bin Leo Barbrinke, ich bin 14 Jahre alt. Ich spiele Innenverteidigung. Mein persönliches Ziel ist, Profi zu werden. Mein Mannschaftsziel ist, heute zu gewinnen und eine gute Sourcen zu spielen. Ich habe gespielt bei 07 Ludwigsburg und bei dem Team auf den Felsen. Und jetzt bin ich hier in der Oberliga. Ja, danke schön.